Hahaha Ich will hier rein sneaken Bist du bereit Roman? Wollen wir loslegen? Na gut, dann schnall dich an Hey zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Vlog Ich bin aufgeregt, ich freue mich riesig Denn endlich, endlich, endlich Nach vielen, vielen Monaten Machen wir mal wieder ein Unternehmer One on One heute Also ein Gespräch zwischen mir und einem Inspirierenden Gründer, Founder, Unternehmer Und das Thema, was wir behandeln Ist eines, was unglaublich wichtig ist Eigentlich eines der Bausteine Ohne die man es als Unternehmer kaum schaffen kann Wie gehst du mit Druck um? Hahaha Wir wissen ja nicht, dass wir jetzt gerade darüber gesprochen haben Wie gehst du mit Druck um? Ah und falls das dein allererstes Video auf diesem Kanal ist Und du dich fragst, wer bist du eigentlich? Ich bin der Friedrich, ich bin Gründer von BodyChange Ich bin Unternehmer Und versuche hier auf dem Kanal Woche für Woche Themen zu behandeln, die Menschen interessieren Menschen bewegen, die im Leben das tun wollen Was sie wirklich lieben So auch heute wieder mit diesem Video Und wenn du darauf Lust hast, dann bleib dran Wenn du das jetzt schon mega findest, dann gib dem Video gerne ein Like Und jetzt geht's los In die heutige Episode des Vlogs Ich freue mich riesig drauf Ich möchte mich mit euch heute im Vlog über ein mega spannendes Thema unterhalten Und zwar über das Thema der mentalen Stärke Und wie wichtig mentale Stärke für den Erfolg ist als Unternehmer Und dazu habe ich eine Studie gefunden Die ist schon ein paar Jahre alt Aber ich glaube, die hat immer noch Relevanz Und zwar hat man in einer Militärakademie 2000 Kadetten Die alle auf diese Akademie wollten Die hat man sozusagen harten Prüfungen unterzogen Um zu sehen, wer sich qualifiziert Und am Ende hat nicht die Intelligenz Nicht der Fitnesszustand Und auch nicht Die Führungsqualität darüber entschieden Wer sich qualifiziert hat Sondern die mentale Stärke Der Kandidaten Und ich glaube, das lässt sich supergut ins Unternehmerleben transferieren Und genau darüber möchte ich heute mit euch sprechen Wie funktioniert das mit der mentalen Stärke? Kann man das lernen? Wie kann man die aufbauen? Und das mache ich eben nicht alleine Sondern mit keinem Geringeren als Roman Kirsch Und mehr sage ich an der Stelle noch nicht Ich fahre jetzt rüber zu Roman Und dann legen wir los Ich freue mich riesig, dich zu sehen Und zwar in 3, 2, 1 Also, Roman, ich freue mich sehr, dass wir uns heute zusammensetzen Mega, ja, ich freue mich auch Ich muss eins vorweg sagen Ja, sozusagen Disclaimer Roman und ich kennen uns seit etwa 5 Jahren Wir sehen uns in unregelmäßigen, regelmäßigen Abständen Wir sind beide bei YPO Dem Unternehmen an der Zwerg Und ich bin Fan von Roman Das heißt, ich bin... Tritts voll gut, ich auch von dir Ja, das heißt, ich bin nicht neutral Und alles sozusagen, das werdet ihr auch spüren Und genau, um das nur vorneweg gesagt zu haben Bevor es losgeht Für all die da draußen Die 2 von den 200.000, die das Video jetzt schauen Die vielleicht Roman Kirsch nicht kennen, ja Ich habe mal Research betrieben Schaut euch mal bitte ganz kurz an Den Wikipedia Eintrag von Roman Kirsch Ich zitiere jetzt nur Ich zitiere, darf ich zitieren, Roman? Du darfst alles, ja Ich darf alles, okay Also, ich zitiere Soll ich rausgehen, oder? Naja, bitte Also, mit 13 hat Roman sein erstes, sozusagen unternehmerisches Gen entdeckt Und, so steht das hier Uhren aus China importiert Unerfolgreich, aber ich habe es gemacht Genau, spring immer gerne rein So, und dann hast du Praktika gemacht mit JP Morgan und Goldman Sachs Und so richtig in 2011 Casacanda gegründet Ja So, Furniture Company Die dann, ein Jahr später, kann das sein? Ja, ein paar Monate später Ein paar Monate später von fab.com Das die meisten noch kennen, acquired wurde Da warst du ein Jahr CEO Genau, vom Europa-Geschäft War ein wilder Ritt Vom Europa-Geschäft Kommen wir gleich drauf zu Dann steht hier 2012 Kirsch started investing and building multiple companies He was founding investor of Amoreli Das wusste ich gar nicht Ja Okay Also, Grüße an der Stelle an Polly Dann hast du Lesara gegründet So steht es hier Um dann 2018 insolvent zu gehen Genau Sprechen wir später noch drüber Und dann 2015 Kirsch became the first investor and advisor Instagram DCT pioneer Fitvia So, was auch wieder acquired wurde Und abschließend In Kirsch is a business angel investing in total over 25 companies Including KP7 Sanders Sunshine Smile Flowerchip Würdest du sagen, dass du eigentlich mehr Unternehmer oder mehr Investor bist? Oder irgendwo beides? Hundertprozentige Unternehmer Ist so? Ja, ja Weil mir bringt es einfach Spaß mit Unternehmern wie dir jetzt irgendwie zusammen zu sitzen Und ich denke ja, ich habe da jetzt nicht so die Investorenbrille aus, sondern wir würden jetzt irgendwie quatschen, wenn es irgendwie was cooles irgendwie überlegen und dann wäre es ja irgendwie blödsinnig, wenn wir so viel Energie haben uns was überlegen und das dann nicht machen oder? Ja, genau Und man kann jetzt nicht tausend Unternehmen gleichzeitig operativ machen, aber wenn du das dann machst, bin ich gerne dabei und wenn ich das dann mache, würde ich dich gerne mit dabei haben, ja Und so entwickelt sich das meiste Jetzt bist du Roman Baujahr 88 Genau, ja Und wie kriegt man das Alter, ich bin Baujahr 79 Wie kriegt man das hin, in so jungen Jahren so viel zu machen? Du, ich glaube, die Kurzantwort ist, das Leben ist kurz und du weißt, Schnelligkeit ist halt Key und ich habe mir jetzt nie vorgenommen mit 16 oder 18 oder 20 irgendwie x Sachen zu erreichen, sondern es hat sich einfach ergeben Also fairerweise, es hat sich immer ergeben, ich hatte immer einen inneren Trieb, Sachen, an die ich geglaubt habe, einfach direkt umzusetzen Weil ich dachte, okay, wenn ich es nicht mache, macht es irgendwie ja keiner, was schade wäre oder es macht jemand anders, was auch nicht so gut wäre Das finde ich so geil Und dann habe ich es einfach gemacht Also Roman, mentale Stärke und die Frage ist das tatsächlich so ein bisschen wie ein Erfolgsgeheimnis, wenn man mentale Stärke hat Das möchte ich eigentlich gerne, dass wir das heute mal ein bisschen beleuchten Und die erste Frage, die ich dir stellen würde im Kontext gerne, was ist denn eigentlich deine Definition von mentaler Stärke? Also ich glaube, es sind so drei, vier Sachen, die das so ein bisschen ausmachen Ich glaube, das erste ist, vielleicht Unternehmertum, das haben wir auch vorhin gesprochen, ist so ein bisschen immer widersprüchlich Irgendwie, einmal muss man ja mit Leidenschaft und Herzblut dabei sein Man macht das ja nicht irgendwie, weil man aus irgendwelchen anderen Gedanken sagt, okay, man ist irgendwie mit vollem Herzen dabei Ja Gleichzeitig, bei den ganzen Rückschlägen, die man jeden Tag erlebt Und bei den ganzen Herausforderungen, wenn man die Sachen immer zu nah an sich ran ließe Dann würde man ja komplett eingehen Das heißt, das ist schon der erste Widerspruch Du musst irgendwie mit Herzblut dabei sein Aber in bestimmten Situationen oder in vielen Situationen sozial fast kalt sein Abstand Abstand, genau Und dich so ein bisschen als Person und deinen Verstand aus der Vogelperspektive von außen betrachten Und nicht so sehr da drin sein Ich glaube, das ist die erste Herausforderung von mentaler Stärke Das Zweite, was ich immer sehe, ist, wie man mit Rückschlägen umgeht Das heißt, jede Person, die Spitzenleistungen abruft Musiker, Sportler, Unternehmer Jeder von denen fällt mal hin Es gibt, glaube ich, niemanden, der 100 Spiele gewonnen hat Am Stück, Roger Federer verliert auch ab und zu Zwar weniger häufig, aber er verliert Und genauso bei einem Lewis Hamilton und sonst eben Und genauso ist es bei Unternehmern auch Das heißt, der Kernunterschied ist nicht so sehr, okay, verliere ich jetzt von 100 Spielen 98 oder 97 oder 95 Das macht eigentlich gar nicht so einen Unterschied Sondern wenn ich hinfalle, wie stehe ich auf? Wie schnell? Wie gut? Und stehe ich irgendwie verletzt auf? Oder stärker? Nehme ich im Grunde das, was mich zum Hinfallen gebracht hat Irgendwie als gutes Learning Als positive Emotionen und mache da irgendwie weiter? Oder zieht mich das da runter? Und ich glaube, das ist auch so eine Art Mentale Stärke oder Entwicklung Und ich glaube, es ist doch auch, Roman, das Thema, dass man Also ja, wir sind emotional als Typen Das wird auch klar werden jetzt Aber dennoch schaffen wir es sozusagen in Situationen, wo ganz viele andere Zusammenbrechen oder sagen, der Druck ist zu groß Oder die Verantwortung ist zu groß Dass wir das sogar lieben oder nicht Weil das dann, das sind dann die Momente, wo wir im Grunde genommen scheinen können Und wo uns unsere mentale Stärke und der Glaube an das, was wir können Eigentlich hilft das to overcome Und das wiederum, diese dann gewonnen oder verlorene Battle Macht uns wiederum stärker für das nächste Mal, oder? Absolut, also der Adrenalin kickt in Du hast den Thrill, du möchtest einfach erfolgreich sein Und du kommst erst dann wirklich zu deiner Höchstperformance Du musst eigentlich das Stresslevel oder den Stress und die Herausforderungen Egal, ob du sie erfolgreich löst oder nicht erfolgreich löst Irgendwie in positive Learnings und Energie umsetzen So, und jetzt lass uns aber das nochmal weiter runterbrechen Weil, These, es gibt Leute, die sind damit geboren Also sie sind geboren, um sozusagen im Epizentrum des Sturmes zu stehen Und sich dabei gut zu fühlen Und es gibt ganz viele andere, die haben riesige Angst genau vor so einem Moment Und das eine könnte man sagen, ist Gott gegeben Und das andere halt nicht Gott gegeben Würdest du das auch so sehen? Beziehungsweise was müsste man denn tun Wenn man merkt, man hat das eigentlich nicht so sehr Aber man braucht dieses Gamechanger-Gen Oder will das gerne entwickeln Was braucht es da? Wie nähert man sich dem? Du, das ist eine mega gute Frage Es ist ja immer so ein bisschen die Frage Werden Spitzensportler, CEOs, Unternehmer, Geborene gemacht? Und ich glaube, es ist ehrlicherweise ein Mix von beiden Weil so ein paar Sachen wie Optimismus wird angeboren Ist ja auch statistisch erwiesen Entweder du bist eher ein optimistischer Mensch Oder weniger Bist du eher extrovertiert oder introvertiert? Also solche Sachen und Persönlichkeitseigenschaften Sind ja ein Stück weit angeboren Das heißt ja auch nicht, dass man nicht arbeiten kann Mit den Sachen, die man irgendwie Genetisch vererbt bekommen hat Und ich habe mich immer damals gefragt Es gibt ja Dutzende Studien Dass die Erfolgsquote von Unternehmern steigt Wenn sie zum Beispiel vorher Leistungssportbetrieben haben Oder wenn sie krass talentierte Musiker waren Oder auch sehr, sehr Vor allem in USA, aber auch in Deutschland Wenn Leute Migrationshintergrund hatten Oder eine super schwierige Kindheit Oder sowas Und da ist natürlich die Frage, warum Warum ist das so? Warum ist das so? Und wir sind jetzt keine Sozialpsychologen Aber das, was so ein bisschen das Learning Aus diesem Ganzen ist Dass die Leute halt schon Herausforderungen In jungen Jahren erlebt haben Mit denen sie klarkommen mussten Du musst auch mit Frustrationen klarkommen Du musst irgendwie Du entwickelst einen unbindigen Willen Du willst dich immer ständig verbessern Und da gibt es natürlich immer zwei Möglichkeiten Entweder das macht dich halt stärker Oder du resignierst Genau Und das hängt wahrscheinlich auch so ein bisschen Von deinem Persönlichkeitsprofil ab Aber wenn du am Anfang halt mit so vielen Mit so vielen Herausforderungen konfrontiert bist Sei es beim Sport Oder weil du irgendwie eine schwierige Kindheit hattest Oder sonst was Dann bist du so ein bisschen trainiert Für das, was später im Unternehmertum auf dich zukommt Mentale Stärke im Kontext jetzt mit Disziplin und Routinen Und auch so mit Fitness Sachen Ich habe so einen Spruch Also wenn du den Kampf schon gegen deinen Wecker verlierst Und gegen den Sportmann Also lass uns mal diesen Aspekt noch mit reinbringen Wie steht das im Kontext aus deiner Erfahrung mit der mentalen Stärke? Ja Ich glaube also ich bin ein unheimlich selbstdistributierter Mensch In so 95% der Themen Ja Also ich glaube ich Ich glaube es ist auch wahrscheinlich okay So 5% im Leben zu haben, wo man einfach laissez-faire macht Ja Das kann für einen Ernährung sein Das kann für einen anderen irgendwie mal Sonntagabend auf der Couch hängen Ja Oder für den anderen Meditation Also dieses einmal Lehre habe aber sonst Ähm Glaube ich es ist Selbstdisziplin Ähm Schon extrem extrem essentiell Einfach um 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 diese Anforderungen die irgendwie auf dich einprasseln Damit klar zu kommen Ja Und dazu gehört für mich zum Beispiel Also da habe ich natürlich auch irgendwie ein Stückchen mehr gebraucht Um bestimmte Routinen ähm hinzubekommen Also für mich ist das zum Beispiel Dass ich vorm Einschlafen den nächsten Tag schon mal gedanklich durchgehe Ja Ähm Und schon mal weißt okay morgens sind das und das äh als Herausforderung dort Abends das Ich lasse immer ein bisschen Puffer Weil wie du weißt das Am nächsten Tag kommen dann doch wieder ein paar andere Themen Ja Aber ähm das hilft mir zum Beispiel unheimlich viel Weil ich irgendwann mal gelesen habe Okay im Schlaf verarbeitet irgendwie das Unterbewusstsein schon die Themen Und manchmal hat man dann auf einmal am nächsten Morgen Lösungen von Problemen An die man irgendwie gar nicht gedacht hat Äh das zum Beispiel ein Beispiel Für mich ist das so dass ich irgendwie morgens meistens Sport mache Und dann habe ich irgendwie so eine Phase von 3-4 Stunden Möchte ich ungerne gestört werden Dann bin ich halt wirklich in the zone Im 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 Fokus und produktiv Und deshalb lege ich mir da gar keine Meetings Und wenn überhaupt dann irgendwie ähm Sessions wo ich halt mit anderen produktiv sein kann Oder halt selbst Sachen abarbeite und produktiv bin Und dann Sachen wie beispielsweise klassische Meetings sind dann irgendwie nachmittags Und dann irgendwie Sachen wo man eher dann kreativ ist oder viel kommuniziert Und eher abends ja Interviews Okay Also mit Kandidaten oder sowas wie das was wir machen Damit ich einfach mein mein Körper so ein bisschen und Äh so nutze wie 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 Ideal funktioniert Und hast du sonst noch Routinen wo du sagst Das hilft deiner mentalen Stärke Dass du wirklich sagst es gibt ja ganz viele Themen wie 5.30 Uhr aufstehen, Kaltduschen Also in diesem Bereich noch irgendwas was du machst oder empfiehlst oder denkst Dass das so gut ist Du ich glaube bei mir ist es so dass Also ich habe für mich auch festgestellt Das wird doch für viele wahrscheinlich so sein Sport Also ich merke einfach wenn ich Das ist für mich gar nicht so sehr Austauschsport Aber wenn ich so High Intensity Workout mache Oder irgendeinen Kraftsport oder so Dann habe ich einfach so viel Energie und Power danach Dass das alles funktioniert Und wenn ich es halt nicht habe Fehlt mir was ja Und ich glaube das ist für jeden irgendwie Kann für jeden was anderes sein Und das muss halt jeder für sich so ein bisschen finden Aber bei mir ist es zum Beispiel morgens mindestens 45 Minuten Sport Und wenn ich es nicht hinbekomme dann misse ich das auf jeden Fall Was mir noch zum Thema mentale Stärke einfällt ist Das hat ja schon auch was mit Selbstbewusstsein zu tun Und ich merke zum Beispiel wenn ich es schaffe meine Sportroutinen auszuüben Dann bin ich stolz auf mich selbst Das ist das Gefühl dass du Dinge unter Kontrolle hast Ja genau dass ich was geschafft habe Dinge unter Kontrolle habe Versus ich tue es nicht Und wollte aufstehen stehe nicht auf Und wollte früher anfangen und fange nicht früher an zu Dann sozusagen bin ich schon mental so down Weil ich bin so ein Loser Weißt was ich meine? Und umgekehrt hilft mir das echt Dann mit einer ganz anderen Attitude Im Grunde genommen in den Tag zu starten Oder überhaupt in so ein Thema Und mit der Attitude geht man dann natürlich auch In ein relevantes Meeting oder 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 ja Ja hundertprozentig ja Meditierst du oder machst du sowas in diese Richtung? Ich habe es also für mich ist Meditation ehrlicherweise Oder andersherum ich habe Meditation probiert Ich habe aber für mich festgestellt dass andere Dinge für mich Meditation sind Für mich ist zum Beispiel Meditation wenn ich kite zum Beispiel Oder wenn ich Ski fahre Das mache ich jetzt nicht so häufig Aber Ski fahren und kiten Das ist für mich Meditation Weil ich zwei Stunden wirklich an nichts denke und im Flow bin Und danach auf einmal super tolle Ideen sind Oder das hört sich jetzt ein bisschen komisch an Aber ich kann jetzt nicht jeden Tag kiten oder Ski fahren Für mich so eine everyday Meditation ist wenn ich Ist jetzt vielleicht umwelttechnisch nicht super Aber wenn ich jetzt unter der Dusche stehe Das ist für mich abends und dann einfach 10 Minuten unter der Dusche stehe Das ist für mich Meditation Ich weiß nicht warum aber es ist für mich so mein Peace of Mind Und ich denke an nichts und dann komme ich irgendwie komplett erholt Wieder da raus Und wie du richtig sagst also Disziplinien und Struktur ist halt schon so eine erste Bestätigung Dass man mental stark sein kann Und würdest du auch unterschreiben Roman dass positives Denken auch ein relevanter Unterstützender Faktor ist für mentale Stärke Ja also ich glaube Unternehmer sind ja eigentlich alle crazy Ja im positiven Sinne Das muss so sein weil du Wer sonst würde 100 mal irgendwie zu jemandem gehen 99 mal eine Absage kassieren Sei es vom Kunden wenn du 1% Conversion Rate hast Oder sei es vom Investor oder von einem Kandidaten In dem du Angebot machst Und dann trotzdem reingehen mit der Hoffnung Und nicht der Hoffnung Mit der felsenfesten Überzeugung dass es jetzt auf jeden Fall klappt Das macht ja eigentlich keinen Sinn Keinen Sinn Und da muss irgendwas im Kopf Klick machen Dass du so felsenfest nicht so sehr von unbedingt von dir Sondern von dem Thema überzeugt bist Dass du denkst fuck it Ich habe recht nicht die 99% die nein sagen Und dann klappt es auch irgendwann ja Und ich glaube das ist so ein Stückchen weit Ein Charakterzug Der ein Unternehmer absolut ausmacht Ja also diese positive Verrücktheit Und mir ist eigentlich egal was die anderen sagen Weil es wird immer mehr Leute geben Die gegen etwas sind als dafür Vor allem zu Beginn Und das ist mir aber egal Weil ich weiß es Was ich auch gemerkt habe Roman ist das Als ich das Thema auch mit meiner Frau oft diskutiere Und sie sagt Ah du Nerven aus Stahl Und so das geht ja alles so in diese Richtung Es ist schon auch so Dass ich Probleme erst dann adressiere Wenn sie da sind Weißt du was ich meine? Also wenn ich mir den ganzen Tag Den Kopf darüber zerbrechen würde Was nicht alles schief gehen könnte Und wo noch überall Risiken wären Dann würde ich mich auch aufhängen Und ich glaube das hat auch ein bisschen was damit zu tun oder? Mega cool dass du das sagst Bei mir geht es genauso ja Weil meine Frau sagt auch immer Ja aber was passiert denn wenn das passiert was? Ja 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 genau Keine Ahnung Das können wir dann noch immer lösen Ja genau Und ich muss sagen dass man Mit jedem Wie bei wahrscheinlich Wein oder sonst was Wie mit jedem Jahrgang Mit jedem Jahr wurde ich halt ein bisschen besser gefühlt Egal bei welchem Unternehmen Und wir haben so viel Deswegen ist es ja eigentlich paradox Dass wir mit der ersten Firma Ein Exiting gelegt haben Weil wir wussten wir hatten keinen Plan von gar nichts Ja Also natürlich das haben wir so ein bisschen durch Naivität Und Kennen du Attitude Und bis 2 Uhr morgens im Office Ausgeglichen Aber so die Wahrscheinlichkeit dass das Ding erfolgreich ist Ja War wirklich im Promillebereich Ja Oder sagen wir mal im 10%-Bereich Ja Und es hat trotzdem funktioniert Aus unterschiedlichen Gründen Die gar nicht in unserer Hand lagen Ja ja Timing Dann ist ein anderes Unternehmen genau in den Bereich gegangen Aus Deutschland Ja Das Unternehmen wollte aber nicht das Das war nämlich auch damals Rocket Die haben Competition zu uns gemacht Ein Wettbewerb Und da wollte ein US-Unternehmen hin Und das hat alles irgendwie von den Dynamiken so sehr gepasst Und das Und wir hatten damit Und wir haben einen super Job operativ gemacht Ja ja Aber so mit dem ganzen Exit Das hatte auch Also wir hätten jetzt auch Zehn Jahre weiter vor uns her hinwecken können Ja 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 Das war nicht in unserer Hand Das war halt für mich so im Nachhinein Als ich jetzt auch ein paar mehr Unternehmen mitgegründet habe Oder investiert war So ein riesen Learning Dass egal wie gut oder schlecht du es manchmal machst Dass auch sehr sehr viel einfach davon abhängt was das Timing ist Ja Was irgendwie die externen Dynamiken sind Und da kann man teilweise sagen okay Wir haben irgendwie gut gekämpft Hat nicht funktioniert Oder das war eigentlich eine super Katastrophe Wir haben trotzdem gewonnen Genau so ein bisschen wie ein Fußballspiel Ja kannst du super spielen und durch ein unglückliches Tor verlieren Oder kannst grottisch spielen und irgendwie durch eine Meta in der letzten Minute gewinnen Ja Das macht das Spiel jetzt nicht besser oder schlechter Und ich glaube das ist so ein großes Learning Dass man das Endresultat Was man immer auch als Endresultat bezeichnen möchte Dass man das nicht gleichsetzt Oder dass man sich nicht nur hundertprozentig darüber definiert Definiert ja Und am Ende ist glaube ich dieses Timing und Glück und so Man erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit wenn man es öfter probiert Definitiv Also das liegt in der Natur der Sache Genau Aber am Ende des Tages ja Oftmals ist der Unterschied zwischen einem extrem erfolgreichen Unternehmer Der Multi 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 Millionär ist Und einem der vielleicht nie in diese Sphären kommt Einfach nur das bessere Timing hier Das kann sein Das muss nicht sein Und deswegen muss man auch Ist es auch gut glaube ich wenn man sich genau darüber nicht definiert Und sein Leben nicht definiert Weil sonst verzweifelt man Definitiv ja Weil am Ende fehlt einem dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle einfach ein bisschen Das Timing Ja Was halt dann nicht bestimmt hat Genau Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Vorlesung mache an der WAU Und dann gebe ich eigentlich Leuten immer mit Hey Wenn ihr gut seid Ja Oder wenn ihr einfach dran glaubt Über einen bestimmten Zeitraum Werd ich auf jeden Fall erfolgreich Ja Ja Genau Deswegen muss ich einfach früh anfangen Das war mein einziges Take-away Fangt und wartet nicht Es gibt ja viele Leute die sagen Oh ich möchte aber erstmal das machen und das Und ganz sicher sein Und dann wenn ich 45 bin Dann Dann probiere ich es mal Ja Aber dann bist du schon von der Corporate Welt versaut Oder hast irgendwie natürlich andere Verpflichtungen Family, sonst was Und hast natürlich auch viel, viel weniger Chancen Weil du hast dann vielleicht noch 10 oder 15 Jahre Wo du erfolgreich sein kannst Versus wenn du mit 20 anfängst Ja Kannst du alle drei Jahre theoretisch ein Unternehmen starten Und selbst wenn du ganz miserabel bist Und nur nur 10% Erfolgsgute hast Wirst du dann irgendwie in den 30 Jahren hast Ja Ja total Und wenn du gut bist und eine 50% Erfolgsgute hast Dann hast du nach 6 Jahren vielleicht das Erfolg Ja Wie bist du mit der Jetzt so ein bisschen eine persönliche Frage in eine andere Richtung In Amerika ist es ja quasi cool Ja Wenn man auch mal so eine Insolvenz macht Ja In Deutschland ist es immer noch nicht so super cool Ja Wie jetzt mal ganz ehrlich Was hat das Hat das dich in irgendeiner Form Was hat das mit dir gemacht? Wie Gar nicht Gar nicht so sehr Ich glaube das Schwierige war eher so die Phase davor Wo du halt immer So ein super Kommen wir wieder auf Druck zu sprechen Du hast halt einen super mentalen Druck Du hast Verantwortung für Leute Ja Du hast Mitarbeiter Du hast Verantwortung für irgendwie Stakeholder Für Partner Für Kunden Ja Und das irgendwie zu verarbeiten Ja Und Thema mentale Stärke Hilft ja auch nicht Wenn du als Unternehmer als CEO Wie ein aufgestreuchtes Hütchen irgendwie rumläustern Ja ja Du bist ja irgendwie der Fels in der Brandung Ja Und so ein Stückchen weit ist ja auch das Verhalten von einem Unternehmer So ein bisschen eine self-fulfilling prophecy Ja Und positives und optimistisch orientieren sich andere Leute daran Ja Wenn du irgendwie negativ bist dann sagen wir heute doch schwierig Ja und ich glaube das ist das ist immer so ein bisschen der Spagat Weil du willst authentisch sein Ja Aber gleichzeitig kannst du jetzt nicht zu zu sehr ein emotionales Auch sehr spannend Genau Emotionales offenes Buch sein Ja Und das ist natürlich auch eine interessante Herausforderung die ich da auch mitgenommen habe Weil klar wenn es gut läuft Ich bin nur grundsätzlich positiv gelaunt und optimistisch Ja Dann kann ich auch eher vielleicht eben emotional offener sein Ja Aber wenn es dann schwierig läuft dann bist du natürlich ein bisschen ernster Ja klar Aber willst du irgendwie diesen Spagat trotzdem ganz gut hinbekommen Ja Nochmal zum Thema mentale Stärke Und deswegen habe ich da jetzt auch ein bisschen rum gebohrt Ich glaube ob man mental stark ist zeigt sich halt nicht wenn du bei wunderschönem Wetter über den Wannsee segelst Mit einer pinna colada in der hand und so da kommt mentale Stärke nicht zum Vorschein Das ist halt nun mal so sondern mentale Stärke kommt dann zum Vorschein wenn halt die Kacke am Dampfen ist Ja Und weil dann kommt es darauf an wie gehe ich damit um und was mache ich daraus ja Ja und deswegen Wie war es denn bei dir? Ja ich glaube schon dass also ich würde das mit dem guten Wein der über die Jahre immer besser wird total unterschreiben Und die letzten zwei Jahre Body Change also nach meinem Rückkauf waren die schmerzhaftesten Jahre in den neunen Aber gleichzeitig auch die lehrreichsten für mich Ja Weil einfach das Gefühl die Firma allein zu führen und wenn dann das Gesundheitsamt aus Bayern bei dir in der Firma steht Und die sagen sie haben bis 12 Uhr Zeit alle DMs zu räumen weil sie haben gesundheitsschädigendes Produkt im Markt Und du weißt wenn das jetzt passiert dann sind wir pleite und ich persönlich bin echt hier dran Ja Das ist schon crazy ja Ja Und das sind aber Momente wenn man dann da durch geht und dann sagt hey Ja kriegen wir hin Ja Haben sehr guten Anwalt und so weiter und da boxen wir uns schon durch und wenn man das dann schafft dann Ja ja da da dann wächst man halt da dran Wann investierst du Roman in ein Unternehmen und wann nicht? Lustigerweise die die meisten erfolgreichen Sachen sind entstanden aus langfristigen Beziehungen mit Leuten Also meine erste Firma habe ich mit Leuten gegründet mit Christian und Sascha mit denen ich studiert habe Ein erstes großes Investment mit Amorelie war mit Sebastian den kannte ich auch seit 5 Jahren Ja Das gleiche mit jetzt FitWear was ja der letzte größere Exit war Sebastian kenne ich seit mittlerweile 10 Jahren Weil er früher mal ein Praktikum bei uns gemacht hat Weil er hätte mich irgendwie Max Müller angerufen und das Telefonat ging ungefähr so Hey Roman ich war ja gerade bei der Mittagspause ich verkaufe Tee bei Instagram Ja okay das hört sich jetzt nicht wie eine Billionen Dollar Business an Ja aber du kennst mich Ich mache das richtig und ich mache 20.000 Euro Umsatz jetzt im zweiten Monat und 10.000 Euro Profit Und dann okay Weißt du Let's give it a go Ja das ist ein noch jüngerer Typ als du der hat irgendwie Träume, Ambitionen, will es erreichen Da hast du ja eigentlich gar keine Wahl Du musst einfach unterstützen und dabei sein Und das ist eigentlich so die Entscheidung Also das ist eigentlich wirklich Relationship Management Ja Roman Vielen herzlichen Dank dass du uns da so tief hast blicken lassen Ja Das weiß ich sehr zu schätzen Ich habe eine Menge mitgenommen ich bin mir sicher ihr habt auch eine Menge mitgenommen Insofern wenn euch das Video gefallen hat dann würde ich euch schwer empfehlen diesen Kanal zu subscriben Das zu liken, zu kommentieren was auch immer ihr wollt Fühlt euch frei und ich freue mich euch nächste Woche wieder zu sehen Und ich würde sagen wir verabschieden wir beiden uns oder? Ciao zusammen! show�哪 sy… i just feel so gut eu i just feel so good good oh i just feel so good 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 i just feel so good Untertitelung des ZDF, 2020